Bei Audi in Ingolstadt werden nicht nur Automobile gebaut. Hier befindet man sich auch im regen Austausch mit der Wissenschaft und Vordenkern unserer mobilen Zukunft. Professor Mark Wigley lehrt an der Columbia University, ist einer der führenden Städtebauexperten der USA und gehört zu den Top 100 Intellektuellen weltweit. Damit ist er der ideale Gesprächspartner für Rupert Stadler, den Vorsitzenden des Vorstands der Audi AG. Gemeinsam werfen sie einen Blick auf die Zukunft unserer Großstädte. Ausgangspunkt ihres Gesprächs ist der American Dream. Ich denke, das ist ein großer Teil der Motivation. Wenn Sie sich an den Anfang der 20th-Century denken, Amerika hat uns das Density gezeigt. Sie hatten 50% urbanisation in den 20s bereits, und Sie hatten New York als ein Modell einer drei-dimensionalen, dense Infrastruktur. Und die ganze Welt war inspiriert bei dieser Image, dieser Dream der Metropolitane Leben. Und dann, nach der 2. Weltkrieg, wir hatten ein neues Dream in Amerika, das war das Gegenteil. Die Suburbs waren diese zwei-dimensional Infrastruktur, die sich über die ganze Welt veröffentlicht. Und alle waren wieder inspiriert, aber natürlich, das ist ein Dream, das ist nicht Sustainable. Als wir den Audi-Urban-Future-Award erwähnt haben, der Winner war Bosbosch. Wir fokussend ein bisschen auf das Projekt und es war wirklich sehr interessant, denn in der Bosbosch-Awarden gibt es wahrscheinlich 50 Millionen Menschen leben. Es ist eine Distanz von, sagen wir, 700 Kilometern oder 500 Meilen. Und wie Sie schon erwähnt haben, es gab eine große Metropolitane-Awarden. Dann haben sie angefangen, um die Suburbs zu gehen. Wir müssen sie in eine intelligente Weise integrieren. Und, für sicherlich, die nächsten FUTUR-Szenarien sind nicht nur horizontale. Wir müssen auf ein anderes Level schauen, wie wir all diese Flüge von Menschen organisieren. Die Stadt ist durch eine Revolution. Erstens, diese Revolution scheint nicht zufrieden. Mehr Densität, zu viele Menschen. Aber ich denke, wenn es mehr Densität gibt, gibt es mehr Mobilität. Wenn ich 100 Meter in einer Stadt gehe, gibt es vielleicht 100 Menschen, die mich nachher und 50 Autos gehen. Wenn man irgendein Intersection von einer Stadt geht, gibt es eine unglaubliche Überfläche von Verbindungen. Die Stadt, die so sehr dünne ist, hat tatsächlich neue Formen von Verbindungen, neue Formen von Verbindungen. Es ist eine Art von Mobilität. Und wenn wir sehen, wie die Bevölkerung ist, um zu 9 Millionen Menschen, und 60% oder 70% der Menschen in diesen Metropolitern leben, müssen wir unsere Leben re-organisieren. Ja, ich glaube, komplett. Das bedeutet, 7 Millionen Menschen leben in den Stadt, und niemand weiß, was das bedeutet. Die Stadt hat sich quasi wie ein Vehikel entwickelt. Es kommt nach uns. Das ist, dass wir die Stadt der Stadt und sagen, Okay, welchen neuen Konzepten von Infrastruktur finden wir? Amerika und Westen Europäer werden nicht mehr unsere Lehrern sein. Das ist wahr. Und keine Stadt ist comparable zu den anderen. Ja. Weil Berlin ist anders als Sao Paulo. Wenn man sieht, wie viele Menschen, die in Berlin leben, zweit die, wie viele Menschen leben in den gleichen Kilometern in Sao Paulo. Die Neues sind anders. Das ist anders. Und deswegen, die Infrastruktur questions und wie viele Menschen move und denken, sind anders. Ich habe gesehen, dass einer von den Teams, die du mit dem Projekt beschäftigt, auf Transaktion Kapazität, auf die kleine Mikro-Konnexionen. Und ich denke, das ist genau richtig. Die Architekten von Sao Paulo, die haben eine Proposal, wie die Wavelas mit den Zentren zu verbinden. Die drei-dimensionalen Mobilität. Das war, auf der einen Seite, auf die neue Mobilität zu verbinden. Die interconnectivität von verschiedenen Sprachen. Und natürlich, was wir gesehen haben, in der Sao Paulo Proposal, wie die verschiedenen Bereichen interlinken, nicht nur auf einem horizontalen Weg, sondern auch auf einem verticalen Weg. Also, wir brauchen wirklich alle möglichen Raum, um die Menschen in eine bessere Formel zu machen. Mein Meinung ist, dass die Rolle der Auto geht um, nicht um, um, um. Die Rolle der Geburt geht um, 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 um. Aber wir wissen nicht, was dieser neue Rolle ist. Aber, was wir wissen, ist, dass es nicht mehr Sinn macht, die Auto und die Geburt von allen anderen Aspekten der Stadt. Das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. und geht nach Hause und kommt zurück. Wenn man einen Stadtkarte sieht, das nicht mehr passiert. Ich denke, das war ein Ergebnis von der Urban Future Award. Das Ergebnis von der Architektur von Hohle-Juhn. Ein Konzept war die Last Mile-Car. So, ob wir ein Konzept für die letzten zwei, drei oder fünf Kilometer zu vermeiden, die übercrowadetigen Stadt. Ich denke, es gibt viele Ideen und wir müssen uns zu hören. Wir können auch sagen, wir kommen zurück zu dieser Frage, was ist ein City? Ein City ist eine Maschine für Sharing. Das ist eine andere Art zu sagen, was ein City ist. Man könnte sogar sagen, dass die City ist die Beginn der sozialen Medien. Wenn wir heute an die City schauen, es ist auch ein digitaler Raum. Es ist auch ein Raum für Elektronik und Informationen. Was ist so interessant für uns, ist zu verstehen, wie die Stadt und die Stadtkarte verbunden sind. Aber in der Zukunft, in der Zukunft, in der Stadtkarte und die Stadtkarte, wird ein neues Raum geöffnet werden. Und ich denke, das ist ein Raum, wo die größte Erinnerung von der Stadtkarte und die Stadtkarte, die in der Zukunft der Stadtkarte wird. Denn die Stadtkarte ist nicht möglich, die Stadtkarte mit einer Infrastruktur, dann wird die Stadtkarte, dann wird die Stadtkarte, dann wird die Stadtkarte und dann benutzt die Stadtkarte, die Stadtkarte oder andere Formen von transportieren, um zwischen diesen Objekten zu gehen. Ich denke, in der Zukunft, wir müssen die Stadtkarte und die Stadtkarte als Teil der Infrastruktur, als eigentlich die wichtigste Elemente von einem neuen, dynamischen System. Wir müssen zurückgeben, eine Qualität der Lebensqualität. Vielleicht, während du mit deinem Auto musst, musst du mit der Stadtkarte und Compute. So, du bist mit deinem Freund, so dass du immer das Gefühl hast, dass du kannst, deine Leute, deine Gesellschaft, mit deinem Freund. Ja. Das ist warum es so interessant ist für Colombia zu denken über das mit Audi. Weil, was wir in common haben, ist, wenn ich sage, die Universität, was die große Sache ist, was die große Sache ist, was du wirklich musst, die Universität zu verstehen? Universität wird increasingly sagen, die Stadtkarte. Was wir begonnen haben, mit der Audi Urban Future Initiative, ist, zu werden, zu werden, zu denken, zu visionären, zu werden, zu haben, was wir können, 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 für die Gesellschaft, die wir suchen. Und, ich bin absoluter überzeugt, dass das Auto-Business will, in der Norden, und in der Souten, aber wir werden, über neue Innovationen, neue Technologien, und, was wir brauchen. Und, wir wollen, eine integrale Sache. Und, die Bevölkerung ist, für das. Because, die Bevölkerung ist, die Probleme sind, und wir müssen, unser Intellekt, um die besten Lösungen zu geben. das ist, das ist, das ist, das ist. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, Das ist, Der Titelung steigenIGN La Hauche,